Also ich habe Fraps gerade nochmal neu gestartet und da ist keine Veränderung drin, das zappt sich die ganze Zeit hoch und runter, das hat irgendwas hier mit dem neuen Gebiet zu tun, ich habe keine Ahnung warum. Aber ich glaube es ist ein Tick besser, ich habe keine Ahnung. Läuft es flüssiger jetzt? Ja, ne? Aber immer noch nicht so flüssig. Dann ist die Fraps-Zahl rechts oben bei mir, die tänzelt hier hin und her zwischen 1 und 60 die ganze Zeit, aber dann rasend schnell hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Also das ist nicht normal. Ich tippe mal drauf, weil das irgendwie ein neues Gebiet ist und da noch Performance-Probleme sind. Keine Ahnung, anders kann ich es mir nicht erklären. Runter auf die nächste Ebene. So, nochmal eine Prajus-Kerze entzünden. Kein End nicht, Weg lang sein. Komischer Goblin da. Da, 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 da. da, 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 da. Da, 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 da. Ich denke mal als Tank agieren würde schon Klappen irgendwo rein rennen und dann immer wieder den Schaden auf sich nehmen, während die anderen die dann niedermähen. Besessener Goblin-Zombie. Da geht es runter zu Ebene 8. Wie viele Ebenen hat das denn? Oh 14, krass. Ja dann wird das jetzt noch etwas länger werden bis wir durch sind. 14 Ebenen und wir sind auf der 8. Ok. Dann hoffe ich dass da ganz am Ende ein fetter Dämon oder sowas auf uns wartet. Der ist schon ganz wirr und freut sich darauf dass er gleich gegen mich kämpfen kann wie ihr seht. Ne der war da wohl irgendwie ein bisschen verbuggt. Hallo. Crash. Pfff. Oh. Was haben wir denn hier? AA da. Ok. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Trank nehmen. Los. Störb AA da. Auf jeden Fall lag das wieder. Mein Gott. Was ist das? Das ist ja frustrierend. Was? Was. Was. Ich kann nicht mal was schreiben. Super. Bei mir leckt. Leckt. Es voll. Zack. Enter. Ich weiß nicht ob es geschafft ist. geschrieben wird ich habe es einfach mal eingetippt ich hoffe ich habe richtig getippt krass voll die negativen effekte ich bin auf null frames bei ihm auch ok dann bin ich beruhigt falsch geschrieben egal die verstehen es schon jetzt ist wieder flüssig oder seltsam wenn ich die kiste öffne können wir dann loten oder wie geht das ist ja bestimmt interessant für euch ok ok ich habe die letzte wer will nun ja dass ich da äh da draußen sind es am rasen mähen na super genau vor meinem fenster ja ich hoffe man hört mich noch oh god wirk ok was ist das hier wenn keiner will dann mache ich die unheilvolle kiste 36 ich kriege die gar nicht kaputt tja wieder nichts wieder nichts drin wartet ganz unten dann ein dämon oder so was gehts das und ein dich du 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 Ups. Ah komm, nehm das, sag mal. Ist die Frage, schaffen wir das ohne Magier noch da durch, ich denke mal schon mit ihm. Er hat ja voll die Power. Also ohne ihn wäre ich auf jeden Fall total aufgeschwissen. Hier mit den 40ern, 26 oder 27, wäre ich nicht hochgekommen. Nein. Wieso dauert der Balken so lange? Ich glaube es ist gehimmelt worden. Das dauert viel zu lange. Eigentlich müsste das SIP gehen und dann sind wir durch. Hm. Sehr seltsam. Schmeiße große Party im Dungeon. Okay. Ja, ich glaube das hat sich aufgehangen. Machen wir also wieder mal einen Break. Bis zum nächsten Mal. Euer Jojin. Ja. Ja.